Alex Russo wünscht sich nichts mehr, als endlich erwachsen zu werden. Gib ihn mir. Ihr eigenes Leben führen. Du fliegst, teleportierst oder hüpfst, nicht während wir weg sind. Ganz ohne Eltern. Ich bin 16! Du kannst mir nicht dauernd vorschreiben, was ich tun soll. Dann pass mal auf. Vorsicht, was du dir wünschst, Alex. Ich wünschte, du und Dad wird euch nie begegnet! Der neue Disney Channel Original Movie. Was hast du getan? Deine magische Geschichte. Von einem einzigen Wunsch, der das Schicksal einer Familie komplett ändern wird. Der Stein der Träume? Ja, das wäre eine Lösung. Alex und ich suchen den Stein der Träume. Der kann jeden Wunsch erfüllen und jeden Zauber rückgängig machen. Mach das nicht! Selina Gomez. Das hast du davon, wenn du mir den Zauberstab gibst. David Henry. Uns bleibt nicht viel Zeit. Und Jake T. Austin. Du erkennst mich wirklich nicht. Tut mir leid. Justin! Mom! Die Zauberer vom Beverly Place. Der Film. Demnächst. Die Deutschlandpremiere nur vom Disney Channel.